hallo leute und herzlich willkommen zu meinem ersten let's play pokémon asamara ja das habe ich schon öfter gespielt aber ja das machen wir jetzt zuerst mal und ja wird schon alles gut so kommt professor birke schon wenn ihr müsst wissen das ist also mein allererstes let's play das ist mein erster kanal bei kisiba kisaba kuno ich glaube schon zu scheiden aber kann auch nichts machen oh mann ihr müsst wissen ich mache das aus leidenschaft weil ja ich mache das aus spaß machen meistens ja und es wäre echt toll wenn ihr mich abonnieren würdet so als wir treffen ja ausfüllen so in dem junge die nehmen wir dann kis aber so das haben wir auch schon gemacht ja das ist die geschichte ist ja ihr zieht um mit ihrer mutter dann ja sonst geht ja auch schon los ihr müsst wissen sind wir auch im usa schon angekommen und da ist auch schon offen da kommt unsere mutter raus aber lasst verglichen ich störe euch gar nicht mehr und viel spaß im video und hier sind wir schon drinnen ja so ja 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 müssen unsere uhr aufstellen machen wir einfach so um keine zeit zu verlieren machen wir einfach so um keine zeit zu verlieren so und so das lag dann eh das hat mich nicht mehr gefragt so und so das lag dann eh das hat mich nicht mehr gefragt das ist auch gott so heiß heute so und ich bin jetzt ja auf dem handy weil man mit dem pc verdauen muss aber wenn man eigentlich irgendwann spielt schon nochmal mit dem pc kommen so noch mal zum misty oder was ich bin ziemlich sicher dass es misty war wenn nicht das ist heute so 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 ich bin jetzt ich bin jetzt nicht mich ja mich so ich bin jetzt Es ist sehr hoch, das ist unser Pro, ja Professor Picke, er sagt, ich muss nicht die Pomme nehmen, denn es ist schön. So. warum nicht ist es jetzt nicht weiblich weil das ist nicht so toll ja geht doch da habe ich jetzt suchen ist gut so ist jetzt die karte ein das ist auch so gut so erst die erfahrungspunkte so das ist ja ich bin hier sauber so 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 aber ja hier wird es geht schon weiter es wird ungefähr 100 parts geben auf jeden fall werde ich nächste woche nicht so oft singen weil ich in die schule gehen wirst so jetzt habe ich mir gut so so ich habe mir gut so Oh, ja, lau, da oben, regeln wir doch mal ein bisschen, uuuh, jetzt lauten wir hier hoch, da ist noch Pokémon hinter sooo elegant ich hab mir jetzt mal bei Misters of Gaming angeschaut hab gedacht, jetzt versuch ich das nicht selber ja, wie du siehst ja ich hab's gemalt ja, und ich mach's das halt jetzt in Schritt weißt du Video, also ich geh jetzt nur noch den Ding wie heißt der? Pokédex Pokédex oder? Hamasho Pokédex Junge und wir haben noch keine so wir werden auch schon angeredet so so, jetzt jetzt wieder ein so wir grad sammeln what? was kann doch nicht sein kann doch nicht sein so ja jetzt zeigt wir uns wie er Pokémon fängt also, kannst du dir? so 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 sie hat so 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 tschüssi und dann tschüssi